Mit dem Siegerprojekt des Wettbewerbs bleibt der typische Charakter des Marzillibads erhalten. Das freut mich natürlich sehr. Ich freue mich aber auch über einen schönen Meerwerb. Hier im Eingangsbereich entsteht ein neues Gebäude mit einem Restaurant und einer Dachterrasse. Und von da sieht man dann auf das Quartier, auf das Bundeshaus und selbstverständlich auch auf das Marzillibad. Und von der Pfizer so あr何ut pacif SUHFAI geoßes er Wondere Noi DRA DRA